Wurzen, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Siedekast. Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Folge 107. Nach einer etwas längeren oder sehr ausgedehnten Sommerpause melden wir uns zurück. Und ja, ich bin natürlich wieder nicht alleine, aber ihr werdet diesmal am anderen Ende nicht den Peter hören, der wird sicherlich beim nächsten Mal wieder dabei sein, sondern ich habe heute einen Special Guest, der bei mir im Podcast noch nicht war und deswegen freue ich mich besonders sehr, the one and only, the incredible Daniel Stunch begrüßen zu dürfen. Hallo Daniel. Vielen herzlichen Dank, lieber Jan Michael. Das ist wirklich sehr nett. Das ist eine sehr schöne Begrüßung. Ja, ihr wisst natürlich nicht, wer der Daniel ist. Deswegen würden wir natürlich erstmal kurz dafür sorgen, dass sie ihn kennenlernt, dass er ein bisschen was erzählen kann. So viel vielleicht von meiner Seite. Wir kennen uns jetzt seit, ja, knapp, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren hätte ich jetzt geschätzt, ne, seit Corona oder kurz vor Corona. Jede eher vier, fünf Jahre gesagt. Vier, fünf Jahre. Ja, die Zeit rennt. Ja, das stimmt. Das war schon vorher, ne. Ja, richtig. Du hast recht, ja. Ja, und ja, wir haben ein gemeinsames, oder eine gemeinsame Leidenschaft. Das ist der mobile Arbeitsplatz. Das sind mobile Endgeräte und darüber haben wir uns auch beruflich kennengelernt und, ja, nicht nur, dass wir dann auch beruflich schon einen Podcast gemacht haben von, oder zusammen mit Daniel, sondern da habe ich gesagt, okay Daniel, ich lade dich auch mal hier zur kleinen privaten Runde ein, zum Cinecast und dann quatschen wir mal, was denn dein Arbeitgeber vielleicht auch im Bereich Heimkino oder Kino macht und, ja, was deine Leidenschaften sind in dem Bereich. Und, ja, Daniel, ich würde jetzt gerne mal überleiten zu dir und würde dich bitten, dich einmal kurz der Audience vorzustellen. Was machst du so? Wer bist du? Wo kommst du her? Und warum bist du jetzt hier? Ja, vielen, vielen lieben Dank, lieber Jan-Michel. Ja, also, Daniel Starnetsch, Schwabe by Nature, auch wenn der Name jetzt nicht unbedingt schwäbisch klingt, aber ich bin tatsächlich hier geboren, hier aufgewachsen im Schwabenland und bin sehr glücklich hier, auch wenn wir, ja, den ein oder anderen, ja, oder das ein oder andere Vorurteil haben gegenüber Schwaben, die weitaus bekannt sind, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr happy hier. Ich habe kroatische Vorfahren, daher kommt auch der Name und, ja, wie du schon sagtest, ich bin bei der Samsung Germany angestellt und habe dort die wundervolle Aufgabe und die Ehre und es ist für mich wirklich eine Ehre, weil es wirklich mein, ja, absoluter Lebenselixier ist quasi, das zu tun, was mir Spaß macht. Ich bin dort nämlich im Bereich Mobile Experience tätig, das heißt, es geht bei uns alles rund um das Thema Smartphones, Tablets, Wearables und dort im speziellen Sinne im B2B-Umfeld, von daher haben wir uns auch, wie gesagt, kennengelernt und, ja, darf neue Geschäftsfelder erkunden, bin dort als Business Developer tätig und, ja, propagiere unsere Produkte und, ja, bin sehr happy, an dieser Stelle zu sein. Ja, vielen lieben Dank. Wir haben eine kleine Tradition, zum Start des Podcasts erstmal darüber zu sprechen, was wir denn zuletzt gesehen haben und das wäre natürlich auch meine erste Frage in deine Richtung. Da ist es egal, ob Serie, Kinofilm, Dokumentation, was auch immer oder eine Show vielleicht, was du zuletzt gesehen hast im Fernsehen, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone oder im Kino. Ja, da muss ich tatsächlich mich outen, auch wenn ich sonst vor dem Sender nicht viel halte, aber meine Söhne sind absolute Ninja Warrior Fans und da schauen sie sich super gerne an und tonen dann halber im Wohnzimmer mit und möchten das quasi auch miterleben. Aber ansonsten wirklich vom Filmcharakter her habe ich mir, ich liebe James Bond und ich habe mir tatsächlich eine Session gegeben mit meinem Schwiegervater, der mag auch gerne James-Bond-Filme und wir haben, ich weiß nicht, wie viele Folgen James-Bond-Filme angeschaut, auf jeden Fall alle von Daniel Craig, Pierce Brosnan und, und, und mit, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, um Gottes Willen, das ist peinlich, wie heißt er, Sean Connery, danke, genau, da haben wir ganz viele Folgen davon angeschaut und das war ein richtiger Marathon und, ja, eine kleine Anekdote, was ich ganz witzig fand am Ende, mein Schwiegervater ist auch nicht mehr der Jüngste und dann sagt er auch am Ende, nach dem Marathon sagt er, so, 007 geht jetzt ins Bett, das fand ich dann ganz witzig. Was war denn dein erster Bond-Film, kannst du dich daran erinnern oder also vielleicht auch im Kino? Tatsächlich, das war GoldenEye, ja, das ist tatsächlich der allererste im Kino und, ja, viel früher durfte man leider auch nicht gucken, jetzt wird der eine sagen, ach Gott ist der jung, der andere wird jetzt sagen, Gott ist der alt, der Daniel. Aber, ja, tatsächlich, GoldenEye war die erste Folge im Kino. Ja, ist bei mir genau identisch, bei mir war es auch GoldenEye, mein Vater hat mich damals dann zuerst mal in einen Bond-Film mit reingenommen und das war GoldenEye und es war sicherlich nicht die schlechteste Wahl, weil das war ja wirklich ein sehr, sehr guter Bond, ein Neustart des Franchise damals, dann mit Pierce Brosnan und war halt auch anders als viele andere Bond-Filme und hat ja wirklich nochmal 007 auf ein anderes Level gebracht. Deswegen, also, und kann man sich immer noch anschauen, also GoldenEye. Absolut. Ist absolut eins der Highlights im Bond-Franchise, ja. Ich fand auch die letzten, das habe ich auch hier schon öfter gesagt, die Daniel-Craig-Filme wurden tendenziell jetzt nicht unbedingt viel besser. Also Skyfall war für mich immer noch ein sehr guter, aber auch jetzt der letzte Film hat mich jetzt nicht wirklich so richtig mitgenommen. Irgendwie passte das für mich nicht so ganz. Findest du? Also ich fand, die Spannung war bis zum Ende eigentlich da. Ja, das war auch, finde ich, sehr emotional, ja, weil man dann plötzlich dann festkriegt, oh, darf man hier teasern oder spoilern? Dadurch, dass der Film jetzt schon ein paar Jahre raus ist, wäre es jetzt ein ganz frischer, jetzt würden wir jetzt über Tribute von Panem über den aktuellen sprechen, dann sollten wir das Spoilern tun nicht unterlassen. Aber dadurch, dass der Film jetzt schon draußen ist und du es jetzt extra nochmal erwähnt hast, weil wer jetzt das mitbekommen hat, dass wir jetzt darüber sprechen, kann ein paar Sekunden vorspringen. Also ja, James Bond stirbt, das willst du wahrscheinlich sagen. Ja, man weiß es ja nicht genau. Man hat es ja nicht gesehen, ob er wirklich stirbt, ja. Aber was ich spannend fand, also ich glaube, er wird überleben, klar, damit man das Franchising weitermachen kann, ja, ob es ja dann ein anderer Bond sein wird oder ob der dann wirklich gestorben ist. Die werden alle Schauspieler austauschen und es wird einfach ein kompletter Neustart sein. Ich sag mal, bei Marvel würde man sagen, so diese Timeline ist jetzt durch und jetzt springen wir in eine komplett andere Timeline. Ja, genau. In der Vergangenheit war es ja nicht immer so, da hast du recht, M oder so, die wurden dann auch über die verschiedenen Bond-Schauspieler zum Teil mitgenommen und es wurde wirklich nur Bond ausgetauscht. Aber meine Vermutung ist, dadurch, dass man da wirklich so einen Hardcut, so einen Schlussstrich jetzt auch mit Bond an sich gezogen hat, macht es eigentlich weniger Sinn, andere Schauspieler jetzt, die noch in dem Franchise sind, dann wieder mit rüberzunehmen. Daher vermute ich, dass wenn wir irgendwann mal wissen, wer denn der neue Bond ist, dass es auch einen komplett neuen Cast geben wird. Absolut. Und was ich auch interessant fand, war die Tatsache, dass er ja vermeintlich Vater geworden ist. Also dass quasi das eine Kind dort seins war. Das fand ich auch ganz spannend. Das waren alles, auch mit dem Kind, glaube ich, war auch komplett neu. Dass ein Bond halt nicht überlebt, ist auch komplett neu. Also man hat sich auf jeden Fall mal was Neues getraut. Genau. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass dann tatsächlich vielleicht man einen Zeitsprung erlebt, dass man dann sagt, okay, dieses Kind ist dann quasi der Nachfolger von Bond und wird dann dort tätig sein. Das ist auch eine mögliche Variante, die ich mir gut vorstellen kann. Da kann man in unsere Kindheit zurückspringen. Da gab es eine Serie damals, ich habe es flüchtig immer mal wieder, glaube ich, die hieß sogar James Bond Junior. Ich glaube, das war eine Zeichentrickserie. Ja, ja, genau. Da hat man auch einen ganz jungen James Bond dargestellt. Und das hieß dann James Bond Junior, so ähnlich wie mit Indiana Jones Junior, was wir auch mal gemacht haben. Indiana Jones kenne ich, ja. Aber ich habe den James Bond Junior tatsächlich nicht erlebt oder nicht gesehen. Okay. Ja, frag mich nicht mehr, wo es lief, ob es auf irgendeinen der dritten, beziehungsweise ich vermute, dass es irgendwo auf RTL oder im Privatfernsehen irgendwo lief. Aber James Bond Junior war eine Serie, die, ich meine, in den 90ern lief, ja. Okay, okay. Ja, auf jeden Fall James Bond, Riesenfan. Und ich fand Daniel Craig anfangs befremdlich, aber ich traue mich jetzt mal zu sagen, ich fand ihn tatsächlich als den besten James Bond von allen, muss ich wirklich sagen. Ja, also das ist ja auch immer ein spannendes Thema. Je nachdem, mit wem man spricht, wie alt die Person ist, gibt es da natürlich sehr unterschiedliche Antworten. Ich glaube, viele natürlich, die ein bisschen älter sind und mit natürlich Sean Connery groß geworden sind, weil es halt auch der Erste war, würden immer Sean Connery nennen. Ich glaube, meine oder unsere Generation ist natürlich, also jetzt spreche ich erst mal nur für mich, sehr stark geprägt durch Pierce Brosnan. Ich fand natürlich auch dieser Steif, wird auch in einem Film genannt, der Steifärschige Brite. Ich fand, er hat das natürlich super verkörpert, verkörpert diesen Typus Bond, diese Coolness, extrem attraktiv. Das passt halt. Und deswegen würde ich immer ihn nennen im ersten Step. Aber ich habe tatsächlich vielleicht wahrscheinlich das Problem, dass ich Pierce Brosnan als Schauspieler generell nicht mag. Also er ist generell für mich nicht einer, wo ich sage, den finde ich jetzt cool. Das war bei Daniel Craig anders. Obwohl ich, wie gesagt, vom Typus her ist er komplett anders. Aber ich glaube, dieses Rebellische, diese Szene, wo er seinen Martini bekommen hat und er gefragt wird, gestillt oder gerührt. Und dann habe ich gesagt, das interessiert mich doch einen Scheiß. Also das waren so viele coole neue Aspekte, weil ich sage, ey, endlich mal ein cooler Brite. Und das war, glaube ich, der hauptausschlagende Punkt, warum ich Daniel Craig so klasse finde oder fand. Ja, absolut. Also ich will ihn auch nicht schlechter reden. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das hat ein bisschen auch oft was damit zu tun, mit welchem man groß geworden ist. Absolut. Ich kann das absolut auch nachvollziehen, dass man Sean Connery sehr hoch ansiedelt. Was ich interessanterweise seltener höre, obwohl er auch sehr viele Bonds gespielt hat, dass einer sagt Roger Moore. Also das hört man recht selten. Roger Moore, ja, genau. Ja. Genau, genau. Und Timothy Dalton war jetzt nicht so lange Bond, war aber auch nicht verkehrt. Aber gut, der wird, glaube ich, noch seltener genannt. Das stimmt, das stimmt. Absolut. Okay, also Ninja Warrior, wenn wir auf unsere Frage zurückkommen, im Grunde hast du zuletzt Ninja Warrior gesehen. Richtig, ne? Genau, letzten Freitag, genau. Ja, ja, ja. Also hast du nicht den Abschied von der Legende Thomas Gottschalk gesehen? Ach Gott, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich, Thomas Gottschalk, ihr wettet das. Also ich wollte ja normalerweise dann, wir waren an dem Abend oder an dem Tag, waren wir ja auf dem Weihnachtsmarkt und jetzt schon quasi. Ja, also wir haben das, wir sind wirklich Frühstarter. Ich habe auch noch nie so schnell wie möglich oder noch nie so früh alle Geschenke bei seinem Garten wie dieses Jahr. Also ich muss mir da echt auf die Schulter klopfen. Das ist echt eine Riesenausnahme. Und nach dem Tag wollten wir eigentlich alle ins Bett fallen und dann, oh ey, wird denn das? Das ist klar, das ziehen wir uns jetzt noch rein. Und, aber das habe ich tatsächlich erfolgreich gerade ignoriert, dass ich das angeschaut habe. Es war ein bisschen befremdlich. Es waren mir ein bisschen zu viele Ellenbogen da. Also der Thomas gegen die Schirin und dann die Versprecher vom Thomas, der Steinsteiger. Da dachte ich auch so, ah, das war jetzt nicht die beste Darstellung vom Tommy. Er wird halt nicht jünger. Richtig. Sind wir halt ehrlich. Und ich fand aber sehr ehrlich, was er auch sagte, warum er aufhört. Das fand ich, also Respekt. Dass er gewisse Leute nicht mehr kennt, ist absolut nachvollziehbar. Aber auch ganz klar zu sagen, dass er, klar, der würde halt sonst die typischen Kneipensprüche rausbringen. Oder war ja schon, ist halt vom alten Schlag, was heutzutage nicht mehr vogue genug wäre. Dass er dann halt sich zurückhalten muss und so. Und dass das dann nicht mehr ihn selber widerspiegelt. Und bevor der Intendant, was er ja sagte, dann da nervös hin und her rennt. Und ey, du hast schon wieder einen Shitstorm ausgelöst. Ist absolut nachvollziehbar. Und ich bin mal gespannt, was das ZDF macht. Sie haben ja die Namensrechte, ich glaube, für die nächsten 10, 15 Jahre sich jetzt gerade erst vor kurzem noch mal gesichert. Oh, tatsächlich. Das heißt, die haben scheinbar was vor. Sie wollen, glaube ich, das noch nicht ganz bekannt geben. Ich habe Gerüchte gehört, dass es wohl noch nicht nächstes Jahr passieren wird. Aber für 25 eine Neuauflage oder ein Zurückkommen von Betten, das angedacht ist. Ich habe mich natürlich auch wieder natürlich gefragt, ja, wer könnte denn diese Sendung übernehmen? Weil, sind wir mal ehrlich, jemand, der gut moderiert, was zweifellos ein Markus Lanz super macht, auch in seiner Talkshow. Aber der ist halt kein Entertainer. Der ist halt kein Showmaster. Und du brauchst eine Frontsau, die das macht, die auch wirklich entertainen kann. Also eher eine Richtung, ganz platt gesagt, eher aus dem Comedy-Bereich, der sowas dann halt wirklich bewältstätigen kann. Und ja, damals war natürlich Joko und Klaas immer im Thema. Weiß ich nicht, ob die immer noch relevant wären oder ob die sich sowas vorstellen könnten. Vor allem die ja eh ihre eher Einzelkarrieren verfolgen. Harpe Kerkelin, ja, der ist auch nicht mehr viel jünger, ob man den da jetzt hinsetzen möchte. Also mir fehlt momentan ein bisschen die Fantasie, wer sowas machen könnte. Klar, wäre dann Oliver Pocher, aber der wäre wahrscheinlich schon fast zu... Ja, aber denk mal drüber nach. Wer wäre denn aktuell etwas jünger, aber trotzdem jemand, der so ein bisschen offensiver nach draußen geht? Oder der nicht jede... sich überall Maulkorb verpassen lässt. Also wer ist das? Also wenn ich die Wahl hätte, wer würde ich sagen, alle außer Pocher. Okay, ja. Ich kann mit Oliver Pocher überhaupt nichts anfangen. Und ich glaube, dass da ganz viele Menschen da draußen sind, die genauso empfinden. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Pocher das übernehmen würde, wäre das ein Todesstoß für Wettbewerbs. Ja, also nochmal, ich glaube es auch nicht. Aber mir fehlt momentan die Fantasie, zu sagen, wer sowas aktuell aus dem etwas jüngeren Gefilden machen könnte. Ich glaube, das Problem ist, dass wir tatsächlich auch zu alt sind, um diese neue Generation an Moderatoren zu überblicken. Ich bin ja auch immer wieder erstaunt, wenn ich mal unsere Influencer anschaue, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind auch ganz tolle Charaktere, aber die werden dann gehypt. Also ich bin jetzt tatsächlich in dem Status angekommen, wo Leute gehypt werden, wo ich denke, was ist denn das? Und dann schaut man sich die Followerzahlen an und denkt sich, wow, wie konnte ich das nicht mitbekommen. Das ist tatsächlich krass, finde ich. Und ich glaube tatsächlich, dass es da den einen oder anderen oder die ein oder andere geben würde, die sowas machen könnte. Aber da muss man auch wieder den Spagat erreichen oder ermöglichen, sowohl das alte Publikum mitzunehmen und auch das neue anzusprechen. Und das ist, glaube ich, echt ein Riesenspagat. Und das ist auch etwas, was ich der Helene Fischer hoch anrechne, dass sie jetzt diesen Deal eingegangen ist mit der Sheeran David, dass sie da jetzt dieses Lied aufgenommen hat. Also wir wollen jetzt nicht in die Musik abdriften. Ich habe dir ja schon gesagt, ich bin eigentlich leidenschaftlicher Musikliebhaber und ich höre wirklich alles, wirklich alles. Und ich höre auch gerne Helene Fischer, ich höre auch gerne Rammstein, ich höre auch gerne ganz verschiedene Dinge. Aber Helene Fischer ist für mich ein wirklich Superstar mit einer super Stimme, akrobatisch, tänzerisch, in der Vollendung 150 Prozent. Einfach krass. Dass sie sich jetzt auch umschaut, um ein jüngeres Publikum anzusprechen und sich dabei Sheeran David zu schnappen, finde ich als einen sehr, sehr schlauen Move. Auch wenn das Lied jetzt nicht unbedingt, ich finde, es ist jetzt nicht besser geworden mit Sheeran. Aber man kann es sich anhören. Aber ich glaube, damit erreicht sie auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Generation. Und ich glaube, das ist ihr auch gelungen. Ja, und sind wir auch mal ehrlich, Deutschland wird eher tendenziell älter. ZDF oder die Öffentlich-Rechtlichen haben eh immer eher eine etwas ältere Zielgruppe. Deswegen sehe ich es ähnlich. Du kannst natürlich jetzt nicht den ganz jungen 18-jährigen Hip-Hop-Influencer da jetzt plötzlich hinsetzen. Vermutlich. Das würde halt auch nicht funktionieren. Ja, das wäre dann auch wieder zu krass. Ich habe ein grundsätzliches Problem, weil man spricht dann auch immer über die Einschaltquote. Die waren jetzt irgendwie 12 Millionen, fast jeder Zweite hat Wetten, dass geguckt. Alles super. Aber warum ist das für einen öffentlich-rechtlichen Sender so wichtig? Die produzieren zum Beispiel mit unseren Geldern ja auch Serien. Und wo werden die Serien versendet? Irgendwo im Nachtprogramm. Oder dann halt in der Mediathek. Da ist viel Geld rein und es sieht keiner. Und dann gibt es wie, da gibt es Entertainment, da gibt es natürlich auch Schlagersendungen. Das hat auch seine Zielgruppe, auch nicht so viel. Aber wenn ich jetzt gehört habe, wie viel alleine hier für Silbereisen und Co. ausgegeben wird, das sind ja Millionenbeträge, da wird dir schwindelig. Und dann regt man sich auf über eine Sendung, wie Wetten, dass die sicherlich auch ein paar Euro kostet. Aber es ist doch eigentlich total egal. Und wenn es nur 4 Millionen gucken würden, ARD und ZDF muss doch gar kein Geld durch Werbung verdienen. Die spielen ja auch gar keine Werbung ab 8 Uhr. Also habe ich nie verstanden, warum sind die so grell auf diese Einschaltquoten? Sollte denen doch total, in Anführungsstrichen, also klar, wenn es keiner einschaltet, macht es keinen Sinn zu produzieren. Aber es ist doch eigentlich für die Öffentlich-Rechtlichen nicht das Hauptargument oder der Hauptpunkt, ey, wir müssen aber unbedingt eine Megacquote haben. Weil die haben ja keine Werbepartner, wo sie dadurch Geld verdienen. Richtig. Das verstehe ich nicht. Habe ich jetzt so auch noch nicht betrachtet oder mir keine Gedanken drüber gemacht. Da hast du natürlich vollkommen recht. Eigentlich sollten die Einschaltquoten piepigal sein. Genau. Ja, auf jeden Fall untergeordneter Aspekt sein. Definitiv. Genau. Was ich aber auch glaube, und ich beschäftige mich auch sehr, sehr stark mit dem Thema Generationen und Konsumverhalten, ist natürlich auch ein Teil meines Jobs. Aber da hat auch meine Frau ein Riesenargument gebracht, wo sie gesagt hat, Wetten, das geht auch einfach zu lange. Diese drei, vier Stunden, was es eben dauert, es ist schwer, die jüngere Generation zu lange zu entertainen. Ja, meine Söhne sind eingeschlafen am Samstag. Also der Ältere hat die letzte Wette nicht mehr mitbekommen und der Jüngere ist, ich glaube, zwei, drei Wetten vorher weggeratzt auf dem Sofa. Aber ganz ehrlich, das sind wir früher auch. Und ich finde, das hat halt ganz, das hatte, also ich fand es schön, dass meine Söhne jetzt nochmal das gucken konnten, so wie wir es früher auch mit unseren Eltern zum Teil geschaut haben. Auch, dass man auf dem Sofa einpett, weil die Sendung so lang geht. Alles fein, finde ich überhaupt nicht schlimm. Und ich war immer ein großer Fan von Schlag den Raab, wie es noch mit Stefan Raab war. Und die Sendung ging noch viel, viel länger. Die ging bis zwei Uhr nachts und wurden durchzogen mit Werbung. Trotzdem, das hatte halt diesen Event-Charakter. Und ich glaube, wenn die Sendung vorproduziert nicht live wäre und sie geht fix nur zwei Stunden, ich glaube, dann wäre das nicht so was Besonderes. Also ich finde, das gehört schon dazu, dass so eine Sendung auch mal ein bisschen länger geht. Wobei er ja jetzt wirklich am Samstag eine Punktlandung hingelegt hat. Aber ansonsten fand ich es nie schlimm, wenn das mal ein bisschen überzogen worden ist. Sondern es war halt wirklich so ein Event, dass du den Abend einfach komplett mit der Familie vom Fernseher verbringst. Das fand ich halt das Ausschlaggebende. Und wenn das, wie gerade gesagt, nur zwei Stunden geht und um 10 Uhr zu Ende ist, ja, mag sein, dann ist vielleicht. Aber ganz ehrlich, wenn wir bei YouTube sind, und meine Söhne sind auch viel bei YouTube und gucken ihre Shorts und alles, also da ist ja noch eine viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne vorhanden. Also wenn man, da kannst du wetten, dass so lange laufen, wie du willst, dann dürfte das ja nur über YouTube Shorts maximal acht Minuten gehen. Richtig, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Und das ist auch eine Entwicklung, die ich vielleicht auch mit Sorge verfolge. Konzentration ist ja generell auch so ein Thema. Je jünger, desto schwieriger wird es, der Person sich zu konzentrieren oder konzentrieren zu können. Auch unsere Podcast-TV aufnehmen. Ich war lange auf dem Weg, zu sagen, okay, die Podcasts dürfen maximal 15, 20 Minuten sein, maximal 25. Und ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, boah, da war jetzt noch so viel, was wir jetzt nicht besprochen haben, was noch fehlt. Natürlich kannst du auch eine zweite, dritte, vierte, fünfte Folge machen, aber dann fehlt dir dieser Flow. Und davon bin ich jetzt auch wieder weg und sage, hey, wir haben ja auch unseren Part auf meinem Kanal, ich glaube, fast eine Stunde oder über eine Stunde aufgenommen. Und ich bin auch der Meinung, die, die das konsumieren wollen, sind ja nicht mehr die Generation, die das nicht mehr können in der Länge, sondern tatsächlich dann sich auch mal eine Stunde Zeit nehmen, sich das anzuschauen, entweder anzuschauen, ich mache es ja auch auf YouTube, oder auch eben anzuhören. Weil wenn ich es projiziere, wo höre es ich wieder? Ich höre es dann wiederum, wenn ich auf Reisen bin, mit dem Auto, Zug, Flugzeug, dann höre ich mir meistens auch Podcasts an. Und jetzt bin ich ein bisschen abgetriffst, aber diese Aufmerksamkeitsspanne von zwei, drei Stunden einer Live-Show verfolgen, ich glaube, das wird für die jüngere Generation immer schwieriger. Und ja, diese YouTube-Shorts sind auch zu krass. Also was da reingeballert wird innerhalb von 60 Sekunden und dann schauen sie ja nicht nur einen Short an, zwei, drei, vier, sondern dann sind eben mal schnell 20 Shorts drin. Und wenn du mir überlegst, wie viel Informationsgehalt da mit drin ist, ist das schon krass. Ja, definitiv. Da haben wir ja auch in deinem Podcast schon mal kurz drüber gesprochen, auch gerade mit Kindern, Konsum. Ich ganz ehrlich, vielleicht geht es, ich habe es nur nicht gefunden, wenn man das bei YouTube auch ein bisschen als Eltern irgendwie für Kinder einschränken könnte. Würde ich mir auch wünschen. So eine vernünftige, so wie Family Link von Google oder sowas, wenn man das ein bisschen besser steuern könnte, das würde natürlich auch schon den Eltern ein bisschen helfen, weil du kannst die nicht ungefiltert in den YouTube-Kosmos lassen. Dafür ist da einfach zu viel Wildwuchs. Genau, ganz ungefiltert ist es ja nicht. Du hast ja maximal noch die Möglichkeit, die Altersbeschränkung vorzugeben oder auch zu wünschen. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Auch für die Shorts gelten die, aber das, korrigiere mich, wenn ich ein Video hochlade, gebe ich ja einfach nur ein, ist das für Erwachsene oder eben nicht, oder? Das ist doch die zwei Modis, oder? Du trägst ja ein, ist es nur für Kinder, dann landet es auch eher in YouTube Kids. Aber ansonsten wird der Inhalt deines, nicht Reels, sondern Shorts oder auch deines Videos, tatsächlich auch bewertet. Und mit Algorithmen, wie auch immer die das machen. Okay. Und dann kriegst du auch eine Alterseinstufung tatsächlich. Okay. Ja. Dann werde ich mir das nochmal genauer anschauen. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen nachjustieren. Genau. Also wie gesagt, die Altersbeschränkung ist wirklich das Einzige, was ich auch gefunden habe. Aber ansonsten, ich würde gerne das Konsumverhalten auch ein wenig steuern wollen. Ich sage, okay, weniger Shorts, mehr echte Videos. Weil lieber lasse ich ihn, keine Ahnung, jetzt mal krass gesagt, einen Gamer anzeigen, der jetzt eine halbe Stunde lang Minecraft-Spiel spielt und er das dann mitverfolgen kann, als dass er wirklich in dieser kurzen Zeit so viel Input bekommt durch die Shorts. Das ist mir auch ein bisschen Dorn im Auge. Aber vielleicht ist es auch ein falscher Denkanstoß von uns. Vielleicht ist es einfach so in dieser Generation. Ja, und ich denke mir halt, ja, dann lass ihn bei YouTube lieber die Shorts gucken, statt als wenn er auf die Idee käme, sonst müsste er noch TikTok oder sowas haben. Da ist mir dann sogar YouTube-Shorts noch lieber. Und meistens, die Inhalte werden ja oft gespiegelt, so wie ich das mittlerweile mitbekommen habe, gerade von den Creatoren. Wenn die was herstellen, dann wird das meistens halt direkt auf Shorts und auf TikTok gepackt. Und da bei TikTok, wo es vielleicht noch ungefilterter ist und ohne Alltagsfreigaben, ich weiß nicht, ob es das da gibt, gefährliches Halbwissen. Ich würde sagen, dadurch, dass ich mir das auch angeschaut habe, bei TikTok kannst du, glaube ich, noch weniger einstellen. Es gibt zwar eine Möglichkeit, als Elternteil etwas einzustellen, wie bei Instagram auch, dass du sagst, ich bin der Vater und das ist der Account von meinem Kind und ich hätte gern das und das. Aber ich vertraue der Plattform. Andersrum, ich möchte den Anbietern oder den Plattformen gerne vertrauen können und das tue ich TikTok am wenigsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aus verschiedenen Gründen. Und was ich aber auch immer wieder sage, oder auch, jetzt sind wir aber eigentlich abgedriftet, aber was ich gerne... Das ist nicht schlimm, das gehört dazu. Sehr schön. Was ich auf jeden Fall versuche, auch mitzugeben, weil wir haben ja auch eine Gruppe Geek Dads, da sprechen wir auch über solche Sachen. Was wichtig ist, dass wir, wenn wir Medienkonsum erlauben und wir können das einschränken über Google Family Link und verschiedenen anderen Technologien, das ist alles fein, aber es ist umso wichtiger oder am wichtigsten tatsächlich, auf Augenhöhe mit dem eigenen Kind das Medienkonsumverhalten einfach mal anzuschauen. Das heißt, dass das Kind nicht Angst bekommt, oh, jetzt will mein Vater mit reinschauen, was ich jetzt anschaue und oh Gott, das Handy jetzt weg. Sondern tatsächlich auch bewusst, dich mal hinsetzen und sagen, komm, wir gucken uns mal deine Sachen jetzt mal an, wir gucken uns deinen WhatsApp-Verlauf an, wir gucken uns jetzt mal an, was du dir bei YouTube angeschaut hast und einfach offen drüber reden und auch seine Sorgen mitzuteilen oder seine Gedanken mitzuteilen. Das unterschätzen sehr, sehr viele. Es ist zeitaufwendig, es ist auch teilweise unangenehm, weil man dann dem Kind ja sagen muss, ja, ich möchte das aber so und so und ich akzeptiere aber das und das. Vielen ist das auch unangenehm. Aber das ist eigentlich das einzig Richtige in meinen Augen, wie man Medienkonsum oder Medienverhalten der Kinder mit überprüfen kann und einfach Sorge tragen kann, dass da nichts Schlimmes darunter passiert. Was wäre schlimm oder was verstehe ich unter schlimm? Verschiedene Challenges, wo es dann teilweise zu tödlichen Unfällen gekommen ist, die wirklich Quatsch sind. Und zum anderen hatte ich auch einen Bericht gesehen, dass dieser Algorithmus so trainiert wird, dass wenn du, und da müssen wir auch vorsichtig mit dem Thema umgehen, wenn du suizidiale Gedanken hast, dann greift das dieser Algorithmus auf und spielt ja noch mehr solche Videos mit rein und das kann dann tatsächlich ganz böse enden. und deswegen ist das echt wichtig und das ist etwas, was kein Tool dir wegnehmen kann oder erleichtern kann. Da musst du dich mit deinem Kind hinsetzen und wirklich schauen, hey, was konsumiert er denn eigentlich? Weil du schaust ja auch generell, wo ist dein Kind, mit wem spielt es Fußball, mit wem ist es draußen unterwegs. Das machst du ja auch proaktiv und lässt nicht einfach dein Kind mit x-beliebigen Leuten weglaufen. Das gehört einfach zur modernen Erziehung dazu und daher auch mein Appell und vielleicht merkt man es auch, da liegt mir wirklich sehr viel daran, weil eine komplette Verteufelung oder ein komplettes Verbieten der neuen medialen Welt finde ich noch fataler, weil damit tust du deinem Kind gesellschaftlich einfach kein, kein oder nichts Gutes. und auf der anderen Seite völlig unkontrolliert ist es natürlich auch falsch. Von daher muss man da tatsächlich auch Zeit investieren, wie in allen Dingen bei der Erziehung. Ja, und spätestens sonst mit 14, 15 oder so wird das Ganze sonst so frontal auf das Kind einprallen. Absolut. Weil irgendwann kannst du es ja gar nicht mehr dann schützen, wenn es älter wird. Genau. Dann hättest du auch nicht das gewonnen. Also lieber direkt medial sensibilisieren von Anfang an und wir beiden sowieso, wir sind ja Technikfreunde, also wenn wir das machen würden, glaube ich, das wäre nicht sehr glaubhaft. Absolut. Genau. Okay. Hatten wir einen kleinen Exkurs in die Richtung. Wir waren zuletzt bei, genau, was wir zuletzt gesehen haben, Wetten, das hatten wir dann gerade aufgebracht. Wie ich schon sagte, ich habe es auch gesehen. Ansonsten hast du momentan Serien oder Filmtipps oder Serien, die du gerade aktuell schaust, wo du sagen würdest, hey, das solltet ihr euch unbedingt anschauen? Tatsächlich gehöre ich zu der Fraktion, wenn ich mal eine Serie gefunden habe, dann ziehe ich sie durch und dann wird das reingezimmert und dann ist wieder gut. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt täglich eine Telenovela anschaut. Dazu fehlt mir auch die Zeit. Und ansonsten auf den Streaming-Diensten war ich schon lange nicht mehr. Ich habe ja schon lange keine Serie aktiv angeschaut. Tatsächlich die letzte Serie und da werden jetzt auch einige staunen, war die letzte tatsächlich Lucifer. Die ist jetzt auch nicht mehr die jüngste Serie. Aber Lucifer fand ich ziemlich cool und ich fand den Schauspieler ziemlich klasse. Und auch die Storyline hat mal was anderes gehabt, fand ich auch relativ witzig. und ja, war unterhaltsam tatsächlich. Also Lucifer. Aber ansonsten, aktuell, ich habe tatsächlich keine Serie, die ich aktuell irgendwie empfehlen kann, muss ich leider zu meiner Schande gestehen. Das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe zuletzt, vielleicht auch mal was noch von mir, ich habe zuletzt eine Serie geguckt, ich mag diese Houdanit-Geschichten. Sagt ihr das was? Nee, sagt ihr nichts. Oberbegriff Houdanit heißt, wer war es im Endeffekt? Also so Filme wie zuletzt, ja, Mord im Orient Express oder so. Weißt du, wo du rätselst, wer ist es denn gewesen? Das ist gut, ja. Und da gab es ja neben Mord im Orient Express, gab jetzt, der neueste Teil war ja, sowas mit einer Austreibung, ich komme gerade auf den Namen nicht, irgendwas mit Haunting, Haunting irgendwas. Der ist übrigens jetzt kurz nach Kinostart, also ich glaube, ja, was heißt kurzer Kino, aber im September lief der im Kino und ist jetzt schon bei Disney Plus. Also das wäre nochmal ein Tipp in dem Bereich Houdanit, im Bereich Film, im Bereich Serie, war mir gar nicht so bewusst, dass es da so viel gibt. Ich habe jetzt aber die Serie The After Party angefangen, schon mal von gehört? Nein, auch nicht. The After Party ist ganz cool gemacht. Das ist übrigens von Chris Lord und Phil Miller, nee, Phil Lord und Chris Miller, so rum. Die beiden haben die Lego-Movies zum Beispiel gemacht und bekannt für auch coolen Humor und cooler Inszenierung. Und The After Party, wie der Name schon sagt, ist nach einer Party, die Nachparty. Es geht darum, das ist ein Klassentreffen, ich glaube, das ist die Klasse von 2006 und die haben ja erst Klassentreffen und danach, weil einer aus der alten Klasse ist mittlerweile großer Rockstar, Musikstar, gespielt von Dave Franco, der lädt dann alle noch quasi zu sich in seine Finca oder was, oder sein, ja, das ist so ein Haus am Meer, ein. Und dann sieht man dann in der Erstfolge sofort, okay, Dave Franco wird umgebracht, der liegt tot unten am Grund und wurde halt geschubst oder auf jeden Fall umgebracht bei dieser After Party. Und das Coole an diesem Konzept ist, es sind, glaube ich, es sind acht Folgen und dann ist auch die Ermittlerinnen oder die Ermittler sind dann da und befragen dann die verschiedenen Leute, die es eventuell sein könnten. Und die erzählen natürlich immer ihre Geschichte. Und jede Folge ist immer ein bisschen so aus der Perspektive. Und das Besondere an der ganzen Geschichte ist, du hast immer einen Genre-Mix. Da gibt es dann halt das Erste, der Erste, der dann, Anique heißt der, Anique, der dann erzählt, wie er das alles erlebt hat, ist so ein bisschen Rom-Com-mäßig alles inzidiert. Von der Farbgebung, vom Bildformat, von wie es aufgenommen wird und natürlich der Humor und alles. Zweite Folge, schlag mir nicht fest, eins ist dann so ein bisschen der Actionstar, dann ist dann auch alles so mehr auf Actionkamera und mit Verfolgungsjagd und, und, und ausgelegt. Oder bei einer ist es zum Beispiel eher so Horror-Mystery. Dann denkst du auch plötzlich, also du siehst das gleiche Setting, aber allein durch die komplett andere Farbgebung wirkt es eher wie so ein Mystery-Thriller. Also, und ganz lustig, einmal erzählt dann auch ein kleines Mädchen was und das ist dann alles so wie, wie bei Kika und plötzlich tauchen da auch Muppets auf und also, total crazy, aber richtig spannend und vor allem, du musst halt überlegen, weil du guckst dir die Sachen an und rätst jetzt natürlich automatisch mit, ja, wer ist denn wohl der Mörder? Und, auch die Auflösung ist sehr cool gelungen. Gibt es zwei Staffeln von. Ähm, die zweite Staffel ist dann auf einer Hochzeit, also mit, mit ein paar von den Charakteren, ich will jetzt nicht spoilern, weil man sollte sich auch erst nur die erste angeguckt haben, weil wenn man die zweite schon sieht, könnte man ja daraus schon ausschließen, wer der Mörder ist, weil die dann da auftauchen. Ähm, also die Afterparty, sehr cool umgesetzt, macht richtig viel Spaß und, ähm, ist aber leider nach der zweiten Staffel erst mal eingestellt worden vom Streaming-Dienst. Man hofft aber, dass es ein anderer übernimmt. Ähm, liegt wohl daran, dass die auch parallel zu, das hab ich noch nicht gesehen, das ist aber auch auf meiner Watchlist, äh, Only Murders in the Building oder so heißt das, mit, ähm, mit Steve Martin, ähm, das läuft auf Disney, mein ich, und die Serie ist wohl auch sehr, sehr erfolgreich und geht, geht einen ähnlichen Weg, dass du halt irgendwie, glaube ich, ein Gebäude hast, da geschieht ein Mord und dann wird halt ermittelt und genau das Gleiche und da gibt's, glaube ich, sogar schon vier, fünf Staffeln von. Ähm, das werd ich mir als nächstes anschauen. Also, wer so ein bisschen dieses Genre mag, kann ich sie Afterparty echt, ähm, nahelegen, weil es macht echt Spaß, coole Schauspieler bei, auch einige bekanntere Gesichter und, ähm, ja, die Afterparty ist da so ein bisschen mein Geheimtipp, in Anführungsstrichen, falls man's noch nicht gesehen hat. werd ich mir auf jeden Fall anschauen. Sehr schön. Ansonsten Kino, ich muss ganz ehrlich sagen, auch jetzt, wenn ich die letzten Monate Revue passieren lasse, ich glaub, seit Corona hat sich so richtig das Kino noch nicht erhöht. Also, ich hab ja selber jahrelang im Kino gearbeitet und ich kann mich immer gut dran erinnern, an diesen riesen Blockbuster, wo dann die Kinoseele rappelvoll waren, in jeder Vorstellung. Und das hätte man jetzt so ein bisschen ja vielleicht selbst bei Panem erwarten können oder bei einem nächsten MCU-Marvel-Film, aber sowohl Marvels, was ein Riesenflop ist, was mich persönlich aber auch nicht wundert, also da kann man auch einen kompletten Podcast drüber sprechen, was Marvel und, äh, Disney an der Stelle momentan alles falsch macht, ähm, also das wundert mich überhaupt nicht, dass der Film floppt, aber bei Panem hätte ich's ein bisschen noch, ähm, euphorischer erwartet, vor allem, weil die Kritiken eigentlich recht positiv waren zu dem Prequel, die Vorgeschichte, ähm, ich hab's noch nicht gesehen, werd ich aber noch nachholen, meine Frau scharrt auch mit den Hufen, dass wir da wieder ins Kino müssen, aber das kennst du auch, seitdem man dann auch Kinder hat, ähm, muss man halt immer schauen, wer passt da in dem Moment auf die Kinder auf, weil das ist noch kein Film für die, ähm, noch nicht, das kommt irgendwann, wir sind jetzt erstmal mit Fluch der Karibik angefangen, da haben die richtig Spaß dran, ähm, mögen Captain Jack Sparrow und, äh, ja, da hat man wenigstens erstmal fünf Filme zu Hause, die man mit denen gucken kann, aber wie gesagt, Mocking, ähm, nicht Tribu, 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 jetzt müsste ich nachschauen, also ich hab's auch nicht mehr mit den ganzen Namen, ähm, The Ballad of Songbirds and Snakes oder so heißt das Ding, genau, The Ballad of Songbirds and Snakes, die Vorgeschichte, das ist ein Film, äh, da kann man auf jeden Fall reingehen, wenn man die, vor allem wenn man die alten Panemfilme kennt, da macht man nicht so viel falsch, es läuft auch aktuell noch Napoleon von Ridley Scott, also Ridley Scott ist ja immer bekannt für sehr große Historienfilme, ähm, den werd ich mir auch noch anschauen, ähm, aber es ist, es hat sich halt auch verändert, seitdem die Filme auch deutlich zeitnah im Streaming oder online landen, ähm, bin ich auch immer wieder versucht, dann nicht zwingend ins Kino zu gehen, wenn's nicht aus Gründen Sinn macht, wie zum Beispiel, ähm, der eigentlich im November kommen sollte, der jetzt aufs nächste Jahr verschoben worden ist, Dune 2, das ist ein Film natürlich, der lebt von dem epochalen Bild und Ton, den muss man einfach im Kino gesehen haben, wenn man, äh, den Film richtig genießen möchte, aber viele Komödien oder, ähm, andere Filme, die jetzt nicht auf epochale Bilder setzt, kann man heutzutage auch zu Hause gucken, vor allem, da hast du gerade schon, äh, mir im Vorgespräch was angedeutet, wenn man zu Hause mittlerweile Technik auch besitzt, die in eine ähnliche Richtung geht, geht wie Kino, also unsere Hörer wissen das bei mir, ich hab sogar ein richtiges, echtes Dalby Atmos Set, also nicht wie ein Smartphone, wo man auf Dalby Atmos drücken kann, sondern wirklich mit echten Lautsprechern, ähm, und hab immerhin, ja, vor vier, vier, fünf Jahren war's recht groß, 75 Zoll Fernseher, ich hab auch lange überlegt, einen Beamer zu implementieren, passte aber nicht wirklich, und, äh, das würde ich eher in einem richtigen Heimkino, wenn ich mir sowas mal genehme, dann mit einem Beamer machen, ähm, da könnte, da vielleicht direkt der Übergang, weil ich weiß, du bist momentan dabei, äh, in der Planung, oder beziehungsweise du möchtest gerne sowas realisieren, richtig? Absolut richtig, genau. Es ist tatsächlich so, äh, dass wir jetzt, äh, äh, einen Raum, ähm, neu gestalten, und, ähm, haben wir lange überlegt, was machen wir denn, äh, noch ein Gästezimmer, oder, machen wir da jetzt vielleicht doch noch ein Büro rein, äh, oder bleibt meine Frau bei mir im Büro, wie auch immer, da gibt es ja ganz, äh, 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 Ideen, die wir da gehabt haben, und dann haben wir gesagt, so, äh, Kino, eigentlich seit der Pandemie, machen wir nicht mehr, um ehrlich zu sein, und, wie du schon sagtest, mit den Kids ist es dann auch immer ein bisschen schwierig, und dadurch, dass jetzt ein Raum tatsächlich neu gestaltet wird, oder frei geworden ist, habe ich mir jetzt den Wunsch geäußert, und, äh, der ist auch durch den Familienrat auch durchgekommen, dass man tatsächlich einen, ja, Kinoraum, Entertainmentraum, wie, wie man auch immer den jetzt betiteln mag, äh, quasi, äh, äh, baut, und, ich habe ja zum Glück die Möglichkeit gehabt, mal in unserem Samsung European Showroom reinzulaufen, und dort haben wir auch tatsächlich einen Raum, der als Kino fungiert, dort wird die neueste LED-Technik dann auch noch dargestellt, und es sind brachiale Bilder, aber was ich dann immer wieder, diesen Moment, wenn du einen Kinosaal betrittst, oder eben so einen Showroom, der in einem Kino nachempfunden ist, dass du sofort diese Dämmung hörst, dass du sofort merkst, oh, okay, ich habe ja tatsächlich nur meine eigene Stimme, es wird nicht, es gibt keinen Hall, es wird alles absorbiert, ähm, richtig, richtig gut gemacht, und genau diesen Effekt möchte ich auch haben, das heißt, zum einen wird der komplette Raum komplett schwarz, ähm, also komplett, dann möchte ich gerne eine Art Tribüne bauen, wo man dann quasi die Sitzflächen hat, also zwei unten, zwei oben, so für die Kids, also vier, vier wäre so deine Vorstellung, genau, vier Sitze, und ansonsten auch einen ganz, ganz schweren Vorhang vor das Fenster, weil das Fenster möchte ich jetzt nicht rausbauen und zumauern, das ist ein bisschen schwierig, das kann man ja auch abdunkeln, also das muss auch nicht fallen, ne, aber auch gerade wegen dem Schall, dass dann quasi der Schall dementsprechend vom Vorhang dann auch, ähm, äh, geschluckt wird, und ansonsten auch, wie gesagt, die Wände isolieren, äh, ganz, ganz dicken Teppich rein, also auch mit verschiedenen Ebenen, ähm, bauen, und auch die Decke noch mal, dann, äh, ist alles noch in der Planungsphase, also ich bin da noch weit weg von einem fertigen Kinozimmer, aber, ähm, auch da bin ich noch am Schauen, ob eher Beamer oder einen großen, großen, großen Fernseher, aktuell schaue ich mir so, was wäre denn dann groß, groß für dich? 93 Zoll habe ich gerade im, im Blick, okay, mhm, wäre für die Räumlichkeit, ist jetzt auch nicht der größte Raum, aber ich denke, das wäre schon cool, mit 93 Zoll, das würde, glaube ich, ziemlich gut passen, und dann natürlich mit der, mit der passenden Soundanlage, die ist natürlich, äh, das auch das A und O, und dann hoffe ich, dass wir da sehr viel Spaß miteinander haben werden. Ja, also wenn du da Beratung oder mal eine Meinung haben willst, ähm, kann ich mich da gerne zur Verfügung stellen, also, je nachdem, was du da vorstest, ich, ich nutze zum Beispiel aktuell Marantz, ähm, als, als, ähm, Audio AV-Verstärker, und ein Boxensystem von langjährigen, ähm, Sponsor dieses Podcasts, nämlich von Sachs Audio, deutsches Unternehmen, aber wie gesagt, gibt natürlich viele, viele auch andere Anbieter, ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, auch dann, was für ein Setting setzt du, setzt du welche unter der Decke, Lautsprecher, hängst du die Decke ab, nutzt du Absorber, halt gerade für den Sound, die Decke wird auf jeden Fall abgehängt, definitiv. Ja, genau, das ist schon mal sehr, sehr gut, egal ob Beamer oder nicht Beamer, geil ist natürlich, wenn du es abhängst, und der Beamer fährt dann mit so einem kleinen Fahrstuhl dann raus, ne, da kannst du das in der Decke verstecken, kannst du, also gibt es natürlich richtig, richtig viele, viele Spielereien, und ist ein spannendes Thema, kann auch ganz schnell ganz viel Geld fressen, muss man natürlich ganz ehrlich dazu sagen, genau, genau, aber das gehört dazu. Das ist halt auch genau immer diesen Spagat, den man auch Schwabe als gerne dann auch spielt, äh, es muss gut sein, es darf aber auch nicht zu viel kosten, weil es gibt auch Dinge, oder kann man auch Geld reinschallern ohne Ende, und der Outcome ist dementsprechend nicht mehr, oder nicht so viel mehr, ähm, zum Beispiel habe ich mir auch, dadurch, dass wir bei Samsung ja auch diese LED-Leinwände haben, und auch diverse Kinos dann wieder rausgeschaltet haben, habe ich mal nachgefragt, wie viel denn so eine Wand kostet. Kannst du dich ein Testmuster organisieren für dich? Als ich den Preis dann gehört habe, habe ich gedacht so, okay, dann bleibt es wahrscheinlich doch eher bei einer konventionellen Lösung. Ja, über welche Größen spricht man denn da? Also was ist denn das? Sechstellig. In Anführungsstrichen klein. Ja, ja, ich meine auch, ich meine wirklich Größen, also Displaygrößen, jetzt klar, finanziell sechsstellig, wo das mich nicht, aber wo fängt das denn an, bei welcher Größe? Ich glaube, die kleinste, also da werden mich die Display-Kollegen jetzt vielleicht auch, ja, vielleicht auch sich bei mir beschweren, weil ich es jetzt nicht exakt weiß, aber ich glaube, die kleinste LED-Wand, die fängt glaube ich bei 100 Zoll an. Okay, und da bist du schon im sechsstelligen? Ja. Okay, okay, dann vergesse ich das mal ganz schnell wieder. Ja, das ist noch nicht bezahlbar. Also es ist wirklich krass, also das Bild, also jeder, der irgendwie mal auf die Möglichkeit bekommt, sich dieses Showroom in Ashbourne mal anzuschauen, ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Und dieser kleine Kinoraum, der dort gebaut worden ist, mit dieser LED-Wand, ich habe in meinem Leben noch nie so etwas gesehen. Das ist so krass. Ich kann es nicht in Worte fassen. Also man muss das gesehen haben. Es ist wirklich, wirklich krass. Ja, spannend. Also heißt das, ich darf mal nach Ashbourne kommen? Ja, ich meine, da darf ich jetzt noch mal in die Kerbe reinschlagen. Wir hatten ja unser Mobile Summit, das letzte Mal in Ashbourne, genau in diesem Showroom. Und da hat ja der Herr Leifert sich entschieden, nicht vorbeizukommen. Aus irgendwelchen Gründen. Das kann ich mir nicht erklären. Das werden wir nachholen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sind ja in der Planung für das nächste Summit. Wunderbar, wunderbar. Ja, in Anbetracht der Zeit, wir hatten es schon im Vorfeld gesagt, du musst gleich in den nächsten Call. Absolut. Müssen wir hier an der Stelle leider zu einem Schluss kommen. Ich werde vielleicht gleich noch mal ein bisschen was an unsere Hörer, noch ein paar Informationen eigener Sache mitgeben. Aber ich möchte nichtsdestotrotz mich erst mal bei dir bedanken für den Besuch hier bei uns im Podcast oder bei mir im Podcast. Ich hoffe, dass wir das noch mal wiederholen, weil du hast gemerkt, wenn man erst mal in einem nur kleinen Themenbereich ist, kann man da schon ein, zwei Stunden quasi theoretisch drüber sprechen. Und wir haben uns schon versucht jetzt dort nur kurz aufzuhalten. Von daher hoffe ich, dass wir das noch mal nachholen oder wiederholen können und dann vielleicht auch noch mal ein Thema rauspicken können, was für uns spannend ist, um da noch mal ein bisschen ausführlicher drüber zu reden. Ich möchte auch von meiner Seite aus noch mal vielen, vielen herzlichen Dank sagen. Podcasten macht mir unheimlich viel Spaß. Deswegen ist es auch schön, mal auf der anderen Seite zu sitzen, das heißt als Gast. Und wie du schon sagtest, es gibt so viele tolle Themen, über die man sprechen kann. und ich liebe es auch, meinen eigenen Horizont immer zu erweitern durch Podcasts. Und von daher lieben, herzlichen Dank. Ich danke dir wirklich sehr, auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ja, freue mich auf deine nächsten Ausgaben. Danke, danke. Alles klar. Dann vielen Dank, Daniel. Ich würde dich dann halt freistellen, beziehungsweise du darfst in deinen nächsten Termin rein. Vielen herzlichen Dank. Und wir hören und sehen uns. So machen wir das. Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017